Ja, das war ein sehr unwetterreiches Wochenende bei uns in Deutschland. Regional gab es zum Teil heftige Niederschläge mit Sturzfluten, Autos wurden weggeschoben, es gab Millionen Schäden und die Unwetterlage ist noch nicht vorbei. Hallo und willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Auch in dieser Woche drohen weitere Unwetter und der Juni ist bisher in den ersten sechs Tagen deutlich zu warm. Er hat eine große Abweichung vom Klimamittel, das schauen wir uns alles in diesem Video mal etwas genauer an. Und dann schauen wir, wie geht es weiter in den kommenden Tagen. Bleibt es bei dieser krassen Unwetterlage oder beruhigt sich die Wetterlage in den kommenden Tagen ein klein wenig. Wie gesagt, dazu später mehr in diesem Wettervideo. Zunächst mal der Blick auf die Regensummen, was da runtergekommen ist bei den heftigsten Gewittern seit Freitag. Da gab es beispielsweise in Dillingen ein Gewitter, das brachte 99,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Meuselwitz 78,8 Liter Regen pro Quadratmeter. Taucher 78,5 und Rupolding 62,7 Liter Regen pro Quadratmeter. Das war teilweise eine ganze Monatsmenge für den Monat Juni, was da vom Himmel gekommen ist. Also kein Wunder, dass es hier und da zu diesen gewaltigen Sturzfluten gekommen ist. Und nun der interessante Blick auf die Monatsbilanz bisher auf die ersten sechs Juni-Tage. Und da hat der Juni eine mittlere Temperatur von 17,7 Grad. Und nur bezogen auf die ersten sechs Tage ist der Juni bisher 3,8 Grad zu warm. Ja und diese warme Luft bleibt uns auch in den nächsten Tagen erhalten. Besonders interessant aber die Zahl der Niederschläge. Im Mittel sind 14 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Berechnet auf ganz Deutschland, also diese Starkregenereignisse, die wurden quasi einfach weggemittelt. Und auf ganz Deutschland bezogen sind erst 17 Prozent vom langjährigen Klimamittel gefallen. Da kam wahrscheinlich beim einen oder anderen schon mehr als die doppelte Monatsmenge runter. Aber eben im deutschlandweiten Mittel sind es erst 17 Prozent. Und beim Sonnenschein, da gab es bisher 48 Sonnenstunden. Und das sind 23 Prozent vom langjährigen Klimamittel. Wir schauen auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Montag. Und wir liegen so ein bisschen mittendrin zwischen hoch und zwischen tief. Und das heißt, es blubbert bei uns munter weiter. Es drohen weitere Schauer und Gewitter. Dagegen schon große Hitze hier im Südwesten Europas wieder. Temperaturen in Spanien und Portugal teilweise über 30 bis 35 Grad. Wie geht es bei uns heute weiter? Nun heute Morgen einem Streifen von der Nordsee bis nach Süddeutschland viele Wolken. Stellenweise hier auch mal leichter Regen, teilweise auch Schauer. Und zum Mittag bleibt diese Zone erhalten. Vor allen Dingen in der Mitte und im Süden des Landes immer wieder Schauer und Gewitter. Teilweise auch wieder mit Starkregen, Sturmböen, Hagel. Da sind also stellenweise wieder kurze Unwetter nicht ganz ausgeschlossen. Und auch zum Montagabend, dann besonders im Süden des Landes, so Richtung Baden-Württemberg, Bayern. Teilweise auch südliches Hessen, südliches Rheinland-Pfalz. Da kann es wieder das ein oder andere unwetterartige Gewitter geben. Wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch in den kommenden Tagen weitergeht, dann ladet euch doch einfach mal unsere wetter.net-Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Ja, die Höchsttemperaturen heute 29 Grad. Im Raum Berlin-Brandenburg wird es am wärmsten werden. Sonst bleibt es kühler, 21 bis 25 Grad. Aber die Luftmasse ist teilweise weiterhin sehr, sehr schwül. Und deswegen empfinden wir die Temperaturen noch ein bisschen wärmer, als sie eigentlich tatsächlich sind. Am Dienstagmorgen wieder ein warmer Start in diesen neuen Tag hinein. Die Frühwerte, ja, so um die 14 bis 16 Grad. Frieren müssen wir da also nicht. Und das Wetter am Dienstagmorgen insgesamt relativ freundlich. Mal Sonne, mal Wolken. Nur hier im Südwesten, da sind schon wieder einzelne Schauer unterwegs. Und am Dienstagmittag geht das ganze Spiel von vorne los. Die Sonne scheint rein in das ganze Gedöns. Und dann blubbern die Wolken in die Höhe. Es bilden sich schon wieder in der Mitte und im Süden zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Und die haben auch stellenweise wieder Unwetterpotenzial durch Starkregen, Sturmböen und auch durch Hagel. Und auch der Dienstagabend bleibt wechselhaft von der Nordsee einmal runter bis nach Bayern, Baden-Württemberg über die Mitte hinweg. Da kann es dann wieder Schauer und Gewitter geben. Im Osten des Landes dagegen sehr freundlich. Und auch im äußersten Westen, da scheint immer wieder mal die Sonne. Die Temperaturen am Dienstag, ja, wieder Höchstwerte um die 23 bis 29 Grad. Es geht also sommerlich warm weiter. Und die Spitzentemperaturen liegen hier im Raum Berlin-Brandenburg, aber auch in Westdeutschland Richtung Nordrhein-Westfalen. Da werden teilweise 27 bis 28 Grad erreicht. Und immer noch ist große Schwüle ein Thema. Die Wetterlage am Mittwoch ist ein Spiegelbild von Dienstag. Wieder viele Gewitter, vor allen Dingen hier im Norden, über die Mitte bis in den Süden. Und dann auch wieder ein sehr starkes Unwetterpotenzial. Also Starkregen mit Sturzflutgefahr. All das ist wieder mit dabei. Denn die Gewitter und die Schauer kommen kaum von Ort und Stelle. Haben sie sich einmal gebildet, dann kommt der Regen immer wieder in der gleichen Region runter. Und das führt eben zu den Sturzfluten, die wir jetzt aus dem vergangenen Wochenende kennen. Nach Osten dagegen recht freundlich. Hier kaum Schauer und Gewitter. Und auch nach Westen, da scheint immer wieder mal längere Zeit die Sonne. Die Temperaturen weiterhin sommerlich warm in der Spitze 27 bis 28 Grad. Mittendrin in diesem Gewitterstreifen schwülwarme 21 bis 24 Grad. Und wir blicken noch auf den Donnerstag. Auch da keine große Wetteränderung. Zwischen dieser warmen Luft hier im Osten und der warmen Luft hier im Westen. Weiterhin diese Schauer und Gewitter teilweise immer noch stationär mit Sturzflutgefahr, mit Hagel und mit Sturmböen. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag wieder sehr sommerlich. 27 Grad im Osten bis zu 29 Grad im Westen. Und mittendrin in der schwülwarmen Suppe Temperaturen so um die 23, 24 Grad. Ja und die Regensummen bis zum Donnerstagabend, die zeigen dann sehr schön genau in diesem zuvor gezeigten Bereich, da gibt es die stärksten Niederschläge. Da ist von 35 bis 40, teilweise bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter die Rede. Aber das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Die heftigsten Niederschläge kommen irgendwo in diesem Bereich runter. Aber wo die genau fallen werden und wie hoch die ausfallen werden, das können wir heute noch nicht genau sagen. Denn wir haben es ja am Wochenende erlebt. Bei diesen Starkregenereignissen auf engstem Raum gibt es große Unterschiede. Nach Osten und Nordosten gerade mal bis zu 5 Liter und auch ganz nach Westen, da fällt kaum irgendwas vom Himmel. Dagegen hier in der Mitte Deutschlands zum Teil eben die heftigen Starkregen-Niederschläge. Wir schauen uns die Ensemble-Vorsagen an und zwar bis zum 22. Juni für den Westen Deutschlands. Zunächst mal die Temperaturen in 1500 Metern Höhe und wir sehen, die Luftmassen bleiben in den kommenden Tagen deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit. Wir liegen über dem Klimamittel drüber und das teilweise so 5, 6, 7 Grad über dem Klimamittel. Und bei den Niederschlägen, da wird es mal ein paar Schauer geben, ein paar Gewitter, dann bleibt es mal längere Zeit trocken und dann gibt es wieder einzelne Schauer und Gewitter. Wir schauen weiter in den Osten des Landes ebenfalls bis zum 22. Juni. Dieses Mal aber auf die 2 Meter Temperatur und wir stellen fest, die Temperaturen bleiben eigentlich im Mittelkonstant um 25 Grad. Aber ab dem 15. Juni beginnt das große Rauschen. Einzelne Berechnungen um 30 Grad und mehr, andere Berechnungen eher gerade mal um 15 Grad. Da ist also noch ein großes Fragezeichen dahinter, wie es genau weitergeht. Und auch im Osten des Landes gilt, anfangs immer wieder Niederschlagsignale, dann bleibt es mal längere Zeit trocken und dann gibt es wieder neue Niederschlagsignale, meist Schauer und Gewitter. Also die Unwetterlage bleibt uns noch über längere Zeit erhalten. Der Blick in den Norden, auch hier relativ ähnlich bei den 2 Meter Temperaturen, Anfangstemperaturen, so knapp um die 25 Grad. Und auf diesem Niveau bleiben wir eigentlich im Mittel auch. Nur nach hinten raus beginnt wieder das große Rauschen. Einzelne Berechnungen bis 30 Grad, einzelne Berechnungen gerade mal 15 bis 20 Grad. Also wieder ein großer Unsicherheitsfaktor mit dabei. Und auch hier im Norden gilt immer wieder Niederschlagsignale, meist sind das aber nur einzelne Schauer und Gewitter. Zum Schluss der Blick noch nach Süddeutschland. Dann haben wir alle Regionen abgeklappert. Ja und auch da relativ ähnlich aktuell die Temperaturen, so um die 23, 24 Grad im Mittel aller Prognosemitglieder bei den Ensembles. Und es bleibt auch so in den kommenden Tagen immer so um diesen Wert herum. Danach mal ein paar Ausreißer nach oben Richtung 30 Grad, aber auch ein paar nach unten. Also auch hier ist die Wetterlage nach Monatsmitte immer noch sehr unsicher. Und auch dort gilt anfangs viele Schauer- und Gewittersignale. Danach ein bisschen trockener, aber dann zum zweiten Teil des Monats. Da gibt es dann schon wieder vermehrt Schauer und Gewitter und das dürften auch teilweise wieder unwetterartige Ausmaße sein, die da auftreten. Also dieser Juni geht deutlich zu warm wahrscheinlich weiter und auch sehr, sehr wechselhaft. Immer wieder mit diesen tropisch anmutenden Gewittern mit sehr heftigen Niederschlägen, die teilweise hier und da auch Sturzfluten auslösen können. Ja, das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und einen schönen Montag.